Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Wir haben gerade den Aufseher besiegt im letzten Part und können jetzt das Portal betreten, das durch seinen Tod geöffnet wurde. Mal sehen, was sich dahinter befindet. Ist es wieder eine Schatzkammer, bei der wir kampflos einfach irgendwelchen Mut kriegen oder... Wow, was ist das denn? Okay, Prüfungsstätte. Willkommen in der Prüfungsstätte. Hier musst du dich gegen mehrere gegnerische Angriffswellen behaupten, um deine Belohnung zu erhalten. Tritt in die Mitte der Arena, wenn du bereit bist. Ja, Moment. Erst einmal muss ich meine Heiltränke hier aufbüschen. Und ich kriege wieder nur drei Heiltränke. Warum auch immer. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal drei habe und manchmal sechs. Liegt das an den Speicherpunkten? Muss ich die Speicherpunkte irgendwie aufwerten, damit ich in der Lage bin, beim Erreichen davon mehrere, mehr als drei Tränke zu kriegen, weil das war bei Dark Souls genauso. Da musste man diese Speicherpunkte aufwerten, damit man, sobald man dort ankommt, mehr Heiltränke bekommt. Ach, hi. Geil. Zwei davon. Das gefällt mir doch. So, Backstep. Na, 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 na. Während eines Backstaps kann man sich verletzen. Oh, nice. Danke dir. Hast mir ein schönes Angriffsfenster wiedergegeben. Der Kerl hat echt dasselbe, äh, Angriffsmuster wie der erste Hüter, beziehungsweise der erste Hüter hat. Genau das gleiche Angriffsmuster wie die. Bereitet euch auf die nächste Runde vor. Das war ja noch einfach. Noch. Soll ich wieder in die Mitte treten? Okay. Das haben wir jetzt noch ohne Schaden hingekriegt. Mal sehen, ob das auch so bleibt. Wow. Okay, diesmal hat sich das große Tor geöffnet. Oh, das ist dein auch. Okay. Oh. Ja, geil. Das ist natürlich super. Eigentlich sollte ich mich jetzt eher auf den, ähm, Ambussschützen konzentrieren. Mache ich jetzt am besten mal auch. Und danach kommt der Blinde. Alter, du hast ja Auto-Aim an, oder was? Der Kerl hat mich getroffen, obwohl seine Ambuss in die andere Richtung gezeigt hat. Cheater. So. Bin schon in die Mitte getreten. Bis jetzt ging es ja noch. Huiuiuiuiui. Na, du bist aber ein Dicker. Hehe. Holy shit. Oh Gott, das ist einer von denen. Alter, Haken, du hättest den jetzt töten können. So. Bevor der mich gleich noch von dem Dicken ablenkt. Ich höre, hier scheint sich noch irgendwo ein weiterer von der Sorte zu befinden. Ah, geil. Mit dem Zauber erwische ich ihn. Ziemlich gut sogar. Ja, ja, komm mal her. Und greife. Wow. Schönen wir mit deinem Aufschlag. Na, na, na. Schade. Hätte nicht so ganz geklappt, ihn zu umrunden. Ja, 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 ja. Da hätte ich eher angreifen müssen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich einen Backstep. Ausch. Jetzt habe ich einen in die Fresse gekriegt. Na, komm. Äh, hier auf Abstand gehen. Ah, komm schon. Na, komm. Och, jetzt greif doch an. Ich bitte dich. Sonst immer so angriffslustig, aber sobald... Ich darauf vorbereitet bin, dass du angreifst, dann machst du gar nichts, oder was? Wow, Alter, der zieht mir viel zu viel Ausdauer ab. Okay, weißt du was? Machen wir es halt so. Du Sau. Und wenn ich dich halt die ganze Zeit von Weitem mit Zaubern beackern, wenn du es auf die Weise haben willst, bitteschön. Das Angriffsfenster dafür ist ziemlich klein. Und damit zieht er mir einfach so viel ab. Aber ausweichen will ich dann auch nicht. Da habe ich Angst, dass der mich instant umbringt. Och, Kollege. Ist doch mal gut, ne? Dann warte ich halt die ganze Zeit, bis mein Moment. Äh, da werde ich eben... Äh, das eine Amulett ausrüsten. Oder den einen Ring. Mit dem ich in der Lage bin, hier... Äh, regeneriert die Zauberkräfte. Damit... Regeniere ich vielleicht viel schneller meinen Zauber. Ja. Naja. Allzuviel bringt es nichts, aber... Wird wohl schon klappen, denke ich. Sein... Irgendwie wird es wohl auch seinen Zweck haben. Möchte man meinen. Ja, 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 ja. Weg ist es. Ah, viel zu kleines Zeitfenster. Au, ah, alter. Chill dein Leben, ey. Ich glaube es ja nicht. Ist ja super. Oh, toll. Jetzt habe ich sechs Zaubertränke. Weil ich gestorben bin, oder was? Die Logik von dem Spiel erschließt sich mir überhaupt nicht. Na gut, auch ein neues. Die ersten Runden waren easy, aber der Kerl danach, von dem sollte ich mich lieber komplett fernhalten und ihn von Weitem mit Zaubern beackern. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Boom. Hat sogar beide Gegner getroffen. Nice. Und Backstab. Und zweiter Backstab. Easy. Ei, ei, ei. So. Eine kleine versiegelte Runde noch kriegt. So. Na komm. Also eigentlich sollte ich das auf jeden Fall hinkriegen. So schwierig ist das ja nicht. Na komm. Hab dich. So. Hey. Und du bist auch top. Der greift einfach mal ins Leere an. Schön. Naja. Ich kenne deine Tricks. Du wirst mir nicht nochmal entkommen. Backstab. Vielleicht sollte ich den Kerl auch mit meinem Gebetszauber ablenken. Vielleicht bringt das ja auch was. Ich versuch's mal gleich. Ich schalte schon mal auf den Gebetszauber um. Und hoffe, dass das ordentlich was bringt. So. Runde Nummer 3. Da kommt der, glaube ich, schon, oder? Ja. Da ist er. Naja. 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 Weg ist es. Schafft er natürlich noch. Dreck, so. Upp. Naja. 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 Ich mache natürlich meinen dummen Zauber. Naja. Ja, genau. Hey, hey. Greif schön den falschen Haken an. Depp. Uhuhu. Okay. Nein, 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 nein. Gerade jetzt ist der Zauber natürlich verloschen. Okay. Und nochmal Gebet. Nein, 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 nein. Das da. Ja, feiner. Oh, na toll. Und das hat's ja jetzt gebracht, ey. Ganz große Klasse. Ja, wenn er so auf mich, wenn er so auf mich zuläuft, okay. Dann sollte ich vielleicht ein bisschen seitlich laufen. Okay, oder auch nicht. Ich dachte, wenn ich ein bisschen seitlich laufe, bin ich in der Lage, ihm auszuweichen. Nee, 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 nee. So. Vielleicht mach ich doch lieber. Okay, Rage war ein schlechter. War eine schlechte Wahl. Rage bringt mir ja gar nichts. Ich habe, ich bin ja nicht in der Lage, ihn durch meine Angriffe zu staggern. Verdammter Scheiße, ey. Ich hatte echt, ich hatte gehofft, ich könnte ihn mit meinem Klon so gut ablenken, dass ich dann in der Lage bin, ihn zu backstabben. Weil ich es ja sonst nicht hinkriege. So, immer schön Abstand halten, damit er nur diesen Aufschlag mit einem macht. Weil der lässt sich wenigstens blocken. Okay, wenn er auf mich zuläuft, dann bleibe ich am besten stehen. Hehe. Step. Dann bleibe ich am besten stehen. Weil der, äh, weitere Attacken macht er danach ja eh nicht. Von daher kann ich ruhig stehen bleiben und beruhigt blocken. Mit dem Wissen, dass ich den Angriff auf jeden Fall überstehen werde. Ich darf danach nur nicht zu lange in seiner Nähe bleiben. Sonst macht er eben seine Todes-Kombo. Wenn ich auf diese Weise in der Lage bin, gegen diese Kerle zu gewinnen, dann sollte ich vielleicht noch einmal zurückkehren. Und den einen Kerl besiegen, der mir das letzte Mal auch den Weg versperrt hat. Auf diese Weise bin ich dann ja auch in der Lage, ihn zu besiegen. Theoretisch. Soll ich nochmal mit Gebet versuchen und, äh, versuchen einen Backstep aus ihm rauszukitzeln? Ich versuch's mal gleich nochmal. So, Gebet. So, dann mach mal. Dankeschön. Oh, what? Nein! Oh, Dreck. Ich dachte, und keinen Backstep natürlich hingekriegt. Dann vielleicht doch nochmal mit Rage versuchen. Ne, nicht Rage. Rammen. Nein, 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 nein. Dein Todes-Kombo kannst du schön vergessen, Freundchen. So. Damit bin ich in der Lage, ihn deutlich besser zu erwischen. Ich meine, klar, der Kampf dauert dadurch zwar endlos lange, aber immerhin bin ich dadurch auf der sicheren Seite. Und das ist eben die Hauptsache. Es ist ja scheißegal, wie ich den Gegner besiege. Hauptsache, ich besiege ihn am Ende. Wenn der am Ende fällt anstatt mir, dann... Ne? Zählt das einfach. Dann bin ich in der Lage... Dann war ich einfach in der Lage, die Möglichkeiten, die mir das Spiel gegeben hat, so auszunutzen, dass ich den Gegner besiegen konnte. Ich nutze hier ja keinen Glitch oder so etwas. Ich nutze einfach nur die Möglichkeiten, die mir das Spiel gibt. Naja. Mach nochmal. Zack. Feiner, kleiner Dämon, du. Jetzt hat er nur noch ganz wenig, aber bloß nicht beirren lassen, bloß nicht beirren lassen. Einen Zauber... Einen weiteren Zauber brauche ich nur noch ausfüllen. Den hält er garantiert nicht mehr durch. Und das war dann hoffentlich das Letzte. Ey, ich hoffe, dann kommt nicht eine vierte Runde, wo zwei von diesen Kerlen auf mich zugerast kommen, weil dann habe ich echt verloren. Glaube ich. Weil wenn dann beide gleichzeitig auf mich zugerast kommen und die machen beide diesen Aufwärtsschlag, dann wird der eine mein Schild wegschlagen. Und dann kommt der andere bei mir an und tötet mich komplett. Habe ich keine Lust drauf. Und du bist tot. Yes! Ihr habt euch als würdig erwiesen. Tretet in die Mitte der Arena und holt eure Belohnung. Nice. Geil. Herde mit dem Shit. Was kriege ich? Knochenarbeit, Rüstung, Attributssplitter und Zauberpunktsplitter. Nice. Bedeutet das, ich habe jetzt quasi gratis einen Zauberpunkt bekommen und einen... Moment. Erstmal den Ring angucken, den ich gekriegt habe. Knochenarbeit. Ausrüstung... Ne. Vor langer Zeit wurde dieses Schmuckstück von reisenden Händlern benutzt. Die rüsteten ihre Tiere damit aus, damit diese mehr tragen konnten. Ah! Ja, heutzutage gibt es jedoch nicht mehr viele reisende Händler und jeder Krieger muss sein eigener Packesel sein. Ah, ja. Seht ihr da unten das Gewicht? Das erhöht sich von 22 auf 28. Ja, das ist natürlich super. Ich glaube aber nicht, dass wir dadurch schneller rollen können. Naja, ich behalte es erst einmal. Wer weiß, vielleicht finde ich gleich irgendeinen geilen Gegenstand, mit dem ich in der Lage bin, etwas mehr Schaden zu machen oder so. Ah, mamamamamam. Habe ich hier eigentlich ein neues Schwert gefunden? Ich hatte doch ein neues Schwert. Ähm... Wo ist es denn? Da unten, Stahlschwert, 21 Schaden. Ne, macht nicht mehr Schaden als mein anderes Normalschwert. Schade eigentlich. Aber wir kommen bis jetzt ja einigermaßen gut zurecht. Von daher wird es schon passen. Haben wir eigentlich jetzt irgendeinen anderen Schild vielleicht, der 100% hat und etwas leichter ist. Nein, nein. Oh, hier, schwerer Drache... Ein Drachenschild. Ja, sehr gut. Der hat zwar einen... Der hat den gleichen Rüstungswert wie der Löwenkopfschild. Hat 100% Blockwiderstand und ist deutlich leichter. Ja, nice, ey. Guckt euch das an. So ein schöner, klitzekleiner Schild. Das ist doch toll. Wiegt auch deutlich weniger. Perfekt. Das wollte ich haben. Den hatten wir wahrscheinlich schon etwas länger im Inventar. Habe ich nur nicht gemerkt. Na gut. Soll mir recht sein. So, dann werden wir mal gleich zu unserem Kollegen zurücklaufen. Der ja seit dem ersten Bosskampf verschollen war. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Kaslo oder irgendwie so etwas. Das stand ja die ganze Zeit da oben links, der Name. Wie hieß der nochmal? Doch, Kaslo. Ha, guck mal. Habe ich mich sogar spontan daran erinnern können. Jetzt kommt der andere auch noch hier hoch. Dann gebe ich euch doch mal... Nein. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Zauber auf sie draufballern. Ihr Dreckstecke. Na, macht mal. Ja, greift doch an. Idioten. So. Crypta von Steinwehr. Da wartet der gute Mann ja auf uns. Wir waren sogar in der Lage... Also ich habe das Gefühl, dass dieser Anbieter ein optionaler Boss war. Kann das sein? Weil theoretisch wären wir doch auch in der Lage gewesen, hier rumzugehen. Und auf diese Weise unseren Freund zu erreichen, oder? Würde ich mal glatt behaupten. So, Momentchen. Erstmal zur Charakterentwicklung. Wenn wir uns eh schon... Oh, Attributpunkte. Habe ich welche übrig gelassen, oder liegt das an diesen Attributspunktsplittern, die ich eingesammelt habe? Kann natürlich auch sein. Moment. Haben wir diese Splitter noch hier? Energie, Magie, Geisterruf. Attributspunktsplitter. Verleiht ihr einen zusätzlichen Attributspunkt? Ja, äh... Ich würde mal glatt sagen, den benutzen wir direkt, oder? Ja, verbrauchen wir mal. Zack, zack. Haben wir zwei weitere Punkte. Ähm... Zauberpunktsplitter. Vielleicht ja einen zusätzlichen Zauberpunkt. Benutzen wir auch mal. Kann ja nicht schaden. Würde ich glatt behaupten. Nice. Haben wir vier Attributspunkte, Leute. Dann werde ich auf jeden Fall mal meine Stärke upgraden. Äh... Dann gebe ich noch einen weiteren Punkt auf Glück, würde ich sagen. Und... Auf Glaube oder Ausdauer? Aber bei Glück brauche ich ja momentan noch nicht allzu sehr. Ich würde eher auf Glaube gehen, damit ich meine Zauber ein bisschen upgraden kann. Ja, macht Schaden plus und meine Magieleiste erhöht sich dadurch auch noch ein bisschen. Oder soll ich lieber Ausdauer auch ein bisschen drauf gehen? Weil ich will wenigstens, glaube ich, 15 erreichen, damit ich meinen letzten Zaubert-Erdbeben freischalten kann. Der klingt nämlich auch verdammt nützlich. Hm. Ja, wobei, ich kann ja erstmal bestätigen. Dann noch einmal ein paar Punkte... Also einen Punkt zumindest. So reinpacken. Zack. Dadurch erhöht sich mein Ausrüstungsgewicht und meine Energie erhöht sich dadurch auch. Ja, mache ich doch auch mal so. Warum nicht? Gut. Oh, und unser Gewicht beträgt momentan 11,75 von 31. Oh, sind wir jetzt etwa in der Lage weiter zu rollen? Kann das sein? Dass, äh, unser Gewicht nicht bestimmt, wie schnell wir rollen, aber wie weit? Ich habe das Gefühl, Haken rollt jetzt ein kleines bisschen weiter. Hm. Na ja, erstmal mit dem Kollegen hier reden. Gut, dass du es so weit geschafft hast. Die Sense sah mir doch recht gefährlich aus, aber dich konnte sie nicht abschrecken. Ach, also musste ich den Bosskampf doch machen, um dem Kerl hier zu begegnen, oder was? Ja, die sind nicht leicht zu schlagen. Warum hast du mich aus dem Gefängnis geholt? Hab schon Schlimmeres mitgemacht. Ja, ähm, am ehesten würde mich eigentlich diese Frage hier interessieren. Klingt zwar ein bisschen fies, aber klingt nach einem interessanten Detail, das ich in Erfahrung, gerne in Erfahrung treten möchte. Darum hast du gerade mich aus dem Kerker geholt. Versteh mich nicht falsch. Ich habe dich und die anderen befreit, weil wir Kämpfer brauchen. Nicht, weil ich deine Taten gut heiße. Doch bisher muss ich zugeben, dass du dich recht gut schlägst. Ja, würde ich auch sagen, oder? Die ersten beiden Bosse, die waren, äh, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, aber der dritte, der ging eigentlich. Der war jetzt hier der Aufseher, der war eigentlich relativ easy. Easy. Ich meine, klar, ich habe wieder ein paar Mal mich blöd angestellt, mich nicht geheilt, wenn ich mich hätte heilen sollen und so, aber ansonsten vom Attackenset, das er hatte, war ja relativ einfach zu durchschauen auf jeden Fall. Ähm, hab schon Schlimmeres mitgemacht. Ja. Hab schon Schlimmeres mitgemacht. Nun, sieh einer an, was die Katze da wieder angeschleppt hat. Wo kommst du denn jetzt her? Katze, das ist Jadka. Sie sucht nach irgendwas ganz Besonderem. Du hast ja keine Ahnung, Harkin. Wie ich sehe, hast du einen Münch aufgelesen. Mein letzter hatte nicht so viel Glück. Bezaubernd. Du weißt wirklich, wie man bei einem Gespräch das Eis bricht. Jadka, lass mich raten, du hast hier, du hast doch hier irgendetwas vor. Äh, ist etwas auf der anderen Seite der Wegpforte Kassel, oder bist du bereit, die Pforte zu öffnen? Jadka, lass mich raten. Du hast doch hier irgendwas vor. Was glaubst du denn? Ich weiß, welche Geheimnisse hinter der Wegpforte auf uns warten, und ich werde mir das nicht entgehen lassen. Okay, was ist auf der anderen Seite? Was ist auf der anderen Seite der Wegpforte? Sie trennt unsere Welt vom Reich der Roga. Die Pforte führt zu einem verlassenen Tempel, der einst den Menschen gehörte. Die Roga greifen von dort aus an. Antanas befahl mir, mich dorthin zu begeben und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihre Invasion aufzuhalten. Wie soll uns das zu Antanas führen? Das wird es nicht. Noch nicht. Als erstes müssen wir das Gebiet sichern. Und mit wir meine ich dich. Mit diesen Verletzungen wäre ich eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ich arbeite sowieso besser alleine. Betritt jetzt die Wegpforte, Akin. Finde einen Weg, die Roga-Herrscher aufzuhalten. Erst dann können wir zu Antanas. Okay. Ha. Kastlo gefunden. Zerstöre das Tor der Herrscher nach Steinwehr. Ähm. Soll ich hier wirklich schon lang? Ich meine, ich habe mindestens einen weiteren Pfad gesehen, den ich hätte einschlagen können. Zum einen. Zum anderen, ähm... Da habe ich das Gefühl, ich verpasse hier irgendetwas. Weil ich bin... Ich muss, glaube ich, auf jeden Fall noch... Äh... In die Kaserne reinkommen. Oder? Betritt jetzt die Wegpforte, Akin. Finde einen Weg, die Roga-Herrscher aufzuhalten. Erst dann können wir zu Antanas. Akin! Worauf warten wir noch? Hetz mich doch nicht so. Momentchen, Leute. Ich muss mal eben auf die Zeit gucken. Ach ja, von der Zeit her würde ich sagen, reicht das für diesen Part, oder? Dann, äh... Werde ich das betreten der Wegpforte... Der Wegpforte. Schön auf den nächsten Part verschieben. Mach's dadurch ein bisschen spannend. Also dann, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Lords of the Fallen. Wo wir sehen werden, was sich hinter dieser Wegpforte befindet. Und ob wir in der Lage sein werden, einen Weg zu finden, die Roga davon abzuhalten, unsere Welt zu betreten. Na dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!